Lass mir wandeln, wir mal wieder miteinander trinken, ich lieb. Wann werde ich wieder da und er war'n fühlen, da war'n. Lass mir wandeln, wir sind wieder, und dann nicht bei dir. Wissen Sie eigentlich, wie oft ich in meinem Leben schon getreten worden bin? 100 Millionen Leute in 30 Jahren, ich kann nicht mehr. Schicken Sie Ihre Tasse in Rente. Und jenische Treffen sind spezialisiert auf andere Sanierungen und fischen Ihre Alte nur einen Tag sauber und unkompliziert. Rufen Sie an, 0249 9518, jenische Treffen in Blaschenheim an der B51 und unter jenischischtreffen.de. Sie hören, UKW 101,7, 19, Radio 700. Hier in der DG kommt zwar ab und an mal die Sonne durch, meistens sind aber die Wolken in der Überzahl und wir müssen uns auch auf einige Gewitter gefasst machen. Dazu bleibt es weiter frisch, die Höchstwerte liegen zwischen 12 Grad in St. Pett und 15 Grad in St. Pett. Morgen wird es dann bei gleichbleibenden Temperaturen fast durchweg grau und regnerisch. Von der Sonne gibt es so gut wie nichts zu sehen. Donnerstag und Freitag ist es weiter wechselhaft. Immerhin reicht es aber, die Wolkendecke gelegen sich auf. Mit maximal 14 Grad am Donnerstag und 17 Grad am Freitag bleibt es weiter kühl. Für großartige Veränderungen wird es grundsätzlich auswärts nicht. Es ist nicht. Ich bin Herr Kimmichael. Guten Tag. NSU-Prozess in München. Seit dem Vormittag wird vor dem Oberlandesgericht München im NSU-Prozess wiedergelegt.